Notiert, Mikrofon geht aus dem Schildberg, mit dem ersten Nachmittagsgrüßiger aus dem Osterzgebirge. Jo, schönen guten Nachmittag. Piranha 07, am Mikrofon ist der Ronny und wir haben die Nummer 58. Mahlzeit, Radio 5, Santiago 9 Plus. Treg Übiger für Schildberg. Der wird auch nicht fehlen. Hallo, guti, geht los. 58, der schwarze Panna 03, Piranha 07, Schildauer Bergfunkteam, haben wir das erste Mal gefunden. Grüß da hinunter zu den 217, von Ronny da, schmeitelst du mal mit hier. Ich schmeitel mal mit, also erstmal schönen Gruß da auch hier vom HD1, vom Ronny. Wir sind die Teilnehmer Nummer 88, die laufende Nummer 16, Uhrzeitkurs am Beginn. Es ist bei uns 15.36 Uhr, ihr habt die Teilnehmer Nummer 58, wir, wie gesagt, die 88. Wir bräuchten jetzt noch die laufende Nummer und ihr macht bei uns auch eine Radio 5 hier an und klappt vom feinsten. Aber, ja, wie gesagt, wir bräuchten eigentlich nur noch eure laufende Nummer. Preg Leipzig. Das Preg Leipzig ist gehört. Ihr seid die laufende Nummer 1, wir haben gerade eben erst aufgebaut. Preg Übiger. Ja, siehst du, die lassen sich viel zu viel Zeit. Ich habe das am Akkord gemacht, wo ich das mitgemacht habe. Schnell durch die Daten, ne? Ja. Die machen den übelsten Rücken. Ich habe da übelst Banane gemacht, die an die... Ja, das ist gut. Elmut. Elmut. Ja, ich will hier auch mal kurbeln, ja. Ja, ja. Ich muss da mal kurbeln, dann hat er eine Kurbelkarte. Ah, das ist... Tja, lange nicht gehört, ne? Und bei dir ist soweit alles in Ordnung, hoffe ich. Was, können wir wieder was von... Von wem? Von wem? Aber bitte das QTH von dir nochmal etwas genauer. Ich habe in Geografie nicht aufgepasst früher. Das QTH ist der Schildberg bei Schildau im Leipziger Land, sage ich mal, in Sachsen. Ich bräuchte bitte nochmal dein Rufzeichen und deinen Namen für das, äh, für den Radio Activity Day fürs Logbuch. So, mein Rufzeichen ist die 3.0 Charlie Oscar Lima Golf und mein Name ist der Carsten in der Nähe von der südlichen Balearen Ibiza. Das freut mich doch. Das ist schön, dass das so funktioniert. Dir kann ich auch eine Radio 3 bis 4 geben und Santiago schwankt zwischen 5 und 7. Oh, Sachsen. Jo, aber wie gesagt, wir kamen aus Sachsen, nicht Nordrhein-Westfalen. Trotzdem viel Spaß noch im Urlaub oder in der neuen Heimat, wie auch immer. Und das Brake, was da eben für mich war, das kommt mal bitte auf die 37. Auf die 37, bitte. Jo, hallo, natürlich bin ich angemeldet. Hier ist der Piranha 07, am Mikrofon ist der Ronny und wir haben die Startnummer 58. Hallo, wir hatten uns heute schon. Ach so. Gut, dann nochmal einen schönen Gruß, dass du zum Schildsdack hast, was er aufgeklagt hat. Das war ja eigentlich anders gemeint, sag ich. Ja, alles klar. Machst du einen schönen Abend, ne? Ja, klar. Machst du euch nicht so langweilig werden. Und du weißt ja, Fragen müssen beschäftigt werden, ne? Dann müsst ihr euch abwechseln jetzt vom Kümmern. Bitte? Na, so weit kommt es noch. Ich meine, mit Unterhaltung, in Sinne von Gesprächen und ja, auch von anderen. Aber nicht das, was du jetzt meinst. Ach so. Na, das müssen wir mal sehen. Das kriegen wir schon hin, ja. Unser Nolt kann es ja hinten schlagen. Das nennt man... Das ist ein Prä-Kolm, das kann ich mir mal nicht vorstellen. Ein Kolm. Mit so schlechten Werten. Tja, Enno, warte mal einen Moment. Das Prä-Kolm oder was da war? Komm mal bitte. Ne, da war nichts. Sag ich mich bestimmt verhört. Und dieser 13 Romeo Mike November, der mag mal bitte kommen. Ja, hier ist ein Ort, Horst, bitte hier. Ich kann es ausgedacht, ein bisschen von ganz weit weg hier. Hier ist der Horst, der Mikrofon. Mikrofon zu dir. Jo, sei gegrüßt. Horst. 13 Romeo Mike November. Wie war dein richtiges vollständiges Rufzeichen? Bist du auch Teilnehmer? Gewitter entstehen ja nur, wenn warm und kalt Fronten aufeinandertreffen. Und da wir ja jetzt keine warm und kalt Fronten haben, dürfte es eigentlich nicht passieren. So, ich habe jetzt diesen Kinomodus drin. Also normalerweise, wenn man das dann anguckt, sieht das dann aus, wie im Fernsehen vor dem Kino stehen. Guck mal rein, Ronny. Sag mal irgendwas. Hallo? Ich will dann bloß mal das Video abspielen. Ronny! Hallo. Joit. Ja, ich will dann doch mal los. 73er, 51er, die beste Zahlen darüber in Deutschland oder Österreich. Das allerbeste da von 19, 14, 001. Ich lange hier das Mikro am Clip. Ich höre nochmal zu. Bye, bye. So, dann. Okay. Bye, bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020